Also hier sind die Aufnahmen, die sich aus der Ausnahme anstecken, die sich aus der Ausnahme anstecken, die sich aus der Ausnahme anstecken. Und die Arme, die sind eben nicht. Die Räume sind eingeschrieben, die sind in der Römer. Dann spielt es dann auch mal Computer, oder? Selten. Selten, ja. Also das sieht man einfach nur als Computer. Ja, aber so. Ja, okay. Gut, es ist halt selten, ich hatte auch noch eine Verhauere. Jetzt habe ich mittlerweile die neue Räume. Der Rettbeider ist nicht so gut, dass man nicht mehr sagen kann. Das ist nicht so gut, dass man an einem Dachlager ist. Es ist ein Rettbeider, dass man sich noch nicht mehr sehen kann. Das war's für heute. Ja, das ist okay.